Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder einmal ein ganz spontanes Video außer der Reihe. Ihr habt euch mehr Videos mit philosophischem Inhalt Bezug gewünscht und dem komme ich sehr gerne nach. Und heute, ja, worum geht es heute? Ich fange einfach mal an, was ich mir so überlegt habe. Ja, und zwar ein arabischer Ausdruck, der zunehmend Einzug in die deutsche Sprache findet. Das ist der Ausdruck Inschallah. Ja, hört man immer wieder, respektive in seiner Bedeutung von so Gott will. Und was insofern eine Vorbehaltsklausel ist, als man akzeptiert, dass man keine vollständige Kontrolle über das Ergebnis einer Handlung hat. Und was an dieser Stelle wirklich interessant ist, möchte ich meinen, das ist die Tatsache, dass schon die frühen Christen, dass sie in ihren Briefen gewöhnlich die Abkürzung D.V. hinzugefügt hatten. Ja, und D.V. was für Deo Volente steht, was nicht mehr und nicht weniger als so Gott will bedeutet. Tatsächlich, ja. Ja. Und auch ein altes jedisches Sprichwort besagt, dass der Mensch plant und Gott lacht. Jedenfalls ist es typisch für den Westen, für unseren Westen heute, ja, so etwas wie, wenn nichts dazwischen kommt, zu sagen, was per se den Gottesbegriff ausschließt. Ja, und was insofern Zeugnis für die rationale Arroganz ist, als der Glauben an die Macht der menschlichen Vernunft und Planung betont wird. Und demnach ist es nicht fernliegend zu behaupten, dass man in dem arabischen Ausdruck inshallah auch als Nicht-Muslim etwas wiederfindet, im wahrsten Sinne wiederfindet, was man nämlich in seiner eigenen Kultur verloren hat. Ja. Denn, ja, was man grundsätzlich sagen kann, das ist, dass in Europa der menschliche Verstand seit dem 18. Jahrhundert entachtet, weil nämlich die hochgelobten Kinder der Aufklärung und der Naturwissenschaften ohne eine nicht-rationale Instanz wie einen Gott alles im Kosmos rational verstehen wollen, um ihn dann schließlich als Homo Deus, als ihr eigener Gott, ja, sich unterwerfen zu können, beherrschen zu können, wie auch immer. Und nun maße ich mir an dieser Stelle aber nicht an, irgendwelche Glaubensrichtungen zu bewerten, aber ich möchte zumindest meine Übereinstimmung mit Carl Gustav Jung teilen, ja, mit euch teilen, der nämlich überzeugt war, dass zu den westlichen Kulturen, zu unseren Kulturen, ja, ein nordischer Waldgott besser passt als alles andere. Und Platon, ja, hier hinten, er steht nicht umsonst dort, Platon hat seinerzeit die richtig geübte Gottesverehrung zu einem in allen Städten notwendigen Grundgesetz erhoben und das damit begründet, dass dort, wo man die Götter ehrt, ja, dass dort auch die Rechte der Mitmenschen geachtet werden. Und um das alles Gesagte jetzt irgendwie auf den Punkt zu bringen, ich bin der Überzeugung, dass, ja, dass vor allem die verkopften Europäer wieder lernen müssen, auf sich selbst zu hören, ja, und dass sie damit aufhören müssen, sich zu sehr mit äußeren Interessen zu befassen, was im Übrigen auch eine Ursache für die meisten seelischen Störungen ist, ja, aber das nur nebenbei, wie gesagt. Und wenn es dann also darum geht, sich dem geschehen lassen, hinzugeben sozusagen, dann kann man das wohl allgemeingültig oder man kann dann allgemeingültig vom Vertrauen in das Schicksal sprechen. Jedenfalls hat man im Zweiten Vatikanischen Konzil festgehalten, das Gewissen, ja, ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Und so wie ich das sehe, kommt es vor allem darauf an, die immer lauter werdenden Nebengeräusche zu tilgen um uns herum, ja, und jeder weiß für sich selbst am besten, welche Töne in seinem Leben am lautesten spielen oder am lautesten sind sozusagen, ja. Und ein Schelm, wer böses denkt, wenn politisch medial der Ton angegeben wird. Ja, und das ohne jeden Bezug zum wirklich tiefen Glauben. In diesem Sinne, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet und ihr meine unabhängige Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt sehr gerne diesen YouTube-Kanal. Das ist völlig kostenlos und aktiviert auch die Glocke. Und falls ihr noch mehr Videos, habe ich gerade gesagt, ne, ganz genau, schreibt Kommentare, gebt Daumen nach oben, wie auch immer, ne, pusht den Algorithmus und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald.